So meine Freunde und Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, herzlich willkommen, danke fürs Einschalten und ja, Frau Merkel hat sich mal wieder geäußert, sie hat soweit heute eine ca. 45-minütige Redel-Rede, so meinte ich, im Bundestag geführt und da habe ich mir so ein paar Zitate von notiert, ein bisschen was, ein paar Gedanken was so aufgeschrieben und darüber müssen wir reden. Der Grundtonus dieser Rede war für mich, so habe ich das Ganze wahrgenommen, sie vertraut den Bürgern nicht. Sie vertraut uns, den Bürgern, einfach nicht, denn das zeigen, wie ich finde, auch die Maßnahmen, die aktuell, gerade gestern ja mit ihr und dem Ministerpräsidenten soweit gemacht wurden und im Gegenteil, sie wollte ja eigentlich noch viel schärfere Maßnahmen, was teilweise von Volker Bouvier und Malu Dreyer auch verhindert wurde. Aber ihr reicht so etwas ja nicht. Und auch die massiven Bußgelder, die es gibt, die zeigen einfach ganz klar, dass sie kein Vertrauen darin hat, dass man sagt, Mensch Leute, haltet euch an Abstände und so weiter und so fort und dann funktioniert das, müssen wir zusammenhalten. Nein, das funktioniert bei dieser Dame nicht. Bei dieser Dame muss es eine radikale Variante sein, muss es mit Strafen und wirklich krassen Maßnahmen einfach behaftet sein. Und das ist, wie ich finde, so ein Unterschied einfach. Sie dort oben und wir hier unten, das kleine Volk. Okay, weiterhin in der Rede hat sie davon gesprochen, oder hat den Haushalt 2021 für das nächste Jahr soweit gerechtfertigt und da geht es um eine Neuverschuldung von ca. 96 Milliarden Euro. Das muss man sich mal belegen, wie viel Geld das ist und das ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich anguckt, wie viel Geld von uns in der EU verballert wird, in andere Länder geht. Denen es aber teilweise wirklich besser geht, wo die Renteneintrittsalter geringer sind, wo das Privatvermögen auf den Konten höher ist, wo mehr Leute Eigentum besitzen, sprich Wohnungen oder Häuser. Aber das ist schon ganz, ganz frech, dass uns jetzt so etwas hier auch noch als gutes Pfaff gehofft wird. Ja, weiterhin hat sie dann gesagt, wir haben einen Wirtschaftseinbruch im historischen Ausmaß erlebt. Ja, das ist richtig. Und dann stelle ich direkt mal die Frage, wer hat denn denn zu verantworten? Wer hat denn zu verantworten? C oder vielleicht die Politik? Weil das eine hat ja das andere ausgelöst, wie Frau Merkel und die anderen Kollegen soweit reagiert haben. Das muss man hier an der Stelle ja wirklich nochmal ganz klar festhalten. Guckt euch den schwedischen Weg an. Man sieht einfach, dass es auch ohne diese krassen Maßnahmen, ohne den kompletten Lockdown und alles gut funktioniert hat. Oder warum sind in Schweden sonst nicht so und so viele Leute unter der Erde? Weiterhin, was hat sie noch gesagt? Hier, die Pandemie hat die unangenehme Eigenschaft, nie zu wissen, wann sie vorbei ist. Deshalb wolle die Regierung gezielte Entlastungen der Bürger auch 2021 fortsetzen, schreibt die Welt weiterhin. Und da bin ich ein bisschen verwirrt an der Stelle, bin ich wirklich verwirrt. Was meinst du denn da? Entlastungen? Gezielte Entlastungen? 2021? Habe ich so noch nichts mitbekommen. Wenn ihr da was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß eigentlich nur, dass ab 2021 die Neubelastung der Bürger zum Beispiel die CO2-Steuer sein wird. Also ich weiß nicht, was jetzt die Entlastung hier speziell darstellen soll. Wenn man hingegangen wäre, zum Beispiel, wir reden nachher auch noch über Donald Trump, wie ein Trump es in den USA gemacht hat und senkt einfach mal die Einkommenssteuer. Das wäre mal eine schöne Sache, wovon jeder was hätte. Okay, nächstes. Die Corona-Warn-App wertete die Bundeskanzlerin als Erfolg und verweist auf aktuell 18 Millionen Downloads. Das sei einzigartig in Europa, obwohl es natürlich noch Kinderkrankheiten gäbe. Kinderkrankheiten? Also das ist die C-Warn-App. Die soll davor warnen, wenn man Kontakt mit anderen C-Infizierten bzw. C-Positiv-Getesteten hat. Diese App hat wochenlang nicht gewarnt. Kann man da von einer Kinderkrankheit sprechen, wenn die eigentliche Hauptfunktion einer App nicht funktionabel ist? Funktional? So ist es richtig. Das ist ein Armutszeugnis. Was soll man dazu sonst noch sagen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es einfach nur krass. Weiterhin, seit mehr als einem halben Jahr bestimme das Virus unser Leben und unsere Arbeit. Nein, das ist gänzlich falsch. Das ist definitiv falsch. Was unser Leben bestimmt, sind die Regulierungen und die Regeln, Maßnahmen und Bußgelder von der Politik. Das hat das Virus nicht zu verurteilen oder nicht zu, was weiß ich. Das liegt nicht daran. Das liegt daran, was die Politik daraus gemacht hat. Gerne nochmal nach Schweden gucken. Hat auch ohne funktioniert. Liebe Mitbürger, wir müssen miteinander reden. Hat sie tatsächlich gesagt. Also ich würde mal gerne Frau Merkel auf der Straße treffen und würde mich mehr gerne mit ihr unterhalten. Ich bezweifle, dass das funktionieren würde. Ich bezweifle, dass das funktionieren würde. Und miteinander reden bedeutet doch eigentlich, dass man nicht, wie Frau Merkel es macht, sich wochenlang nicht zeigt während einer Krise. Sich wochenlang nicht äußert oder tagelang nicht äußert, wie man vorgeht, was man macht. Sondern, dass man in den Diskurs geht und nicht ein oder zwei Experten zu Rate zieht, angebliche Experten teilweise, zu Rate zieht und daraufhin ein ganzes Land runterfährt. Sondern, dass man einen Ausschutz etabliert aus verschiedenen Vertretern des Volkes. Warum wurde das nicht getan? Das wäre ein Miteinander reden. Weiterhin letztes. Wegen steigender Infektionszahlen müssen aber alle wachsam sein. Zitat, wir riskieren momentan alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Dazu habe ich mir nur aufgeschrieben, wenn man mehr testet, hat man auch mehr Ergebnisse. Ob die positiv oder negativ sind, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Und auf welcher Basis, dass nämlich der PCR-Test von Dr. Rainer Füllmich beispielsweise auch über die Schadensersatzklage so weit angestrebt wird, hier gegen vorzugehen. Und dass das alles haltlos ist, dass das alles nicht so ganz koscher ist, darüber muss man auch reden. Aber das wird natürlich immer totgeschwiegen, darüber wird nicht gesprochen. In der heilen Welt von Frau Merkel und der Politik ist das alles super und offensichtlich alles gut, was da abläuft und wie es abläuft. Und das kann einfach nicht sein. Schreibt eure Meinung dazu unten rein, was haltet ihr davon? Als nächstes muss man hier drauf eingehen, dass das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden soweit stattgefunden hat. Das war heute Nacht irgendwann 2, 2.30 Uhr, glaube ich, hat es gestartet. Und ja, wie ist das Ganze gelaufen? Man sieht es in der deutschen Presse, wird mit, ich möchte sagen, möchte gern Faktenchecks versucht, hier Trump wieder üblicherweise ganz, ganz klein zu reden. Auf mich persönlich, ich habe im Ausschnitt und das Video komplett fast gesehen, also das werde ich gleich zu Ende gucken, soweit Biden irgendwie, ich sag mal, alt auf mich gewirkt. Und er war auch nicht derjenige, so eine tolle Aufbruchsstimmung oder irgendwas von sich gegeben hat oder damit gewirkt hat, was er ja eigentlich machen müsste, da er der Herausforderer-Kandidat ist. Und ja, als sonderlich guten Redner habe ich ihn auch nie empfunden. Also ich bin definitiv kein Freund von Biden, nein. Was ich aber sehr, sehr sinnvoll finde in den USA, und dafür habe ich mich schon mehrfach ausgesprochen, dass die Präsidentschaft dort begrenzt ist. Das heißt, nehmen wir an, Donald Trump wird jetzt nochmal wiedergewählt. Dann weiß man, in ein paar Jahren ist er weg. Dann hatte er seine zwei Amtszeiten, das ist das Höchste der Gefühle, was man bekommen kann. Und dann wäre das Thema durch. Dann könnten die Leute sich freuen und was weiß ich. Warum gibt es das nicht endlich in Deutschland? Warum wird die Amtszeit hier nicht begrenzt? Frau Merkel ist jetzt hier in ihrer vierten Wahlperiode schon soweit als Kanzlerin drin. Und man sieht einfach, was dadurch passiert. Man sieht, dass ein ganz, ganz starkes Konglomerat von verschiedenen Leuten sich einfach nicht mehr traut, wirklich zu äußern. Wir haben das gesehen, zum Beispiel hat der damalige, also damalig, vor einem halben Jahr war das gerade mal, als Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hat der Ostbeauftragte, Michael, ich komme gerade nicht auf den Namen, schreibt er, Michael Hirte? Wie ist das so? Christian Hirte? Ich habe den Namen nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall hat er, Kemmerich, weil es ein Bekannter, ein Freund von ihm ist, gratuliert. Komischerweise, kurz daraufhin, einen Tag später oder zwei, wurde er von Frau Merkel als Ostbeauftragter abgesetzt. Und genau dies sieht man bei verschiedenen Personalien. Man bekommt auch, ich habe ja den einen oder anderen Bekannten, der im Bundestag sitzt und auch in der CDU unterwegs ist, aus meinen ehemaligen Verbindungen damals, als ich selber CDU-Mitglied war, weiß ich, dass sie sagen, es rumort in der Partei, in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe schon erst recht. Und viele sind nicht damit einverstanden, wie Frau Merkel regiert, was sie macht. Das Problem ist, sobald man den Mund aufmacht, wird man abgesägt. Das ist ein ganz großes Problem. Und das schafft man, indem man lange dran ist und in dieser Zeit wirkliche Gefahren, also gefährliche, sich selbst gefährdende, für die Personen Merkel gefährdende andere Politiker aufs Abstellgleis schiebt, geschweige oder respektive, absägt. Und das kann natürlich auch bei einer kurzen Amtsperiode von vier, fünf oder zehn Jahren, acht Jahren dann beim US-Präsidenten passieren. Nichtsdestotrotz ist es nicht so einfach und auch nicht in diesem Ausmaß, meiner persönlichen Meinung nach. Generell muss man dazu sagen, wieder zu Biden zurück, der ist ja schon relativ alt, der Mann. Und Kamala Harris ist ja seine Running Mate, seine, wie heißt es, Vizepräsidentin, soll es zumindest werden. Und meiner Vermutung nach ist es gar nicht das Ziel, dass Biden die komplette Amtszeit durchführen soll. Nein, da wird er aus persönlichen oder aus, ja, wie sagt man, gesundheitlichen Gründen dann, falls er gewählt werden sollte, in einem Jahr oder in einem anderthalb Jahren nach der Wahl, soweit gesagt. Er kann es nicht mehr machen und jetzt ist die Vizepräsidentin die Präsidentin der USA. Aber schreibt eure Meinung, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt und auch so die Pressestimmen gerne mal unten rein. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Video, kommt morgen natürlich wieder online. Daumen hoch für dieses, das freut mich sehr. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es hier getan habt. Bis zum nächsten Mal, bleibt weiter entspannt und ciao.